ja erst ist so scheinbar ja nicht mutig genug für sowas und jetzt auch weil man auch da direkt raus mit ein bisschen arg schnell gut grief moran proposes on the first date oh maybe it's some sort of late bloomer panic schlöschle i don't know what to say i mean i could see you're getting turned off for something but i doubt such Ich weiß nicht, sie war nicht verrückt, ich glaube nicht. Sie hat nur gesagt, dass sie plötzlich verlassen hat. Idiot! Das bedeutet, sie ist verrückt! Vielleicht fummig, darf ich sogar sagen, seething! Das ist es dann, boys. Game over. Lass uns das alte Traum raus in die Pastur. Hey, quit screwing around, help me out! For real! Ich habe keine Ahnung, was ist was. Ich habe keine Ahnung mehr. Also, die Date, das alles gut ging, richtig? Ja. Ich meine, ich war wirklich nervös und wunderschön, aber... ...eventuell, Sachan hat sich viel Spaß gemacht. Zumindest, glaube ich, sie hat es gemacht. Du weißt, jetzt, wenn ich mich daran denke, vielleicht... ... sie war schon mit mir mit dem Punkt. Oh, Mann, das ist alles, die Gefühle sind. Die Gefühle sind. So viel für die Hero von Yokohama. Hey, hang on, das ist Sachan, was wir sprechen. Wenn sie nicht fühlt, sie würde es schnell sagen. In diesem Fall, sie hätte gesagt, etwas ziemlich dumm in dieser Proposal. Was hast du gesagt? Ich habe mich das Gefühl, was ich? Was? Jetzt? Es ist ziemlich schade. Schau, dumm, wenn wir genau wissen, was du gesagt hast, dann können wir dir nicht helfen. Jetzt, schau es! Schau es! Uh... Um... Um... So? Then was? Uh... 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 Oh, genau. Ich habe gesagt, ich hatte kein viel zu mir, aber ich warte, ich würde sie glücklich sein und... Ja, nach dem... Ich habe erachten. was was bad was it listen Ichiban Sachan might be working her ass off but she's out there living her dreams you think a girl like that really needs someone to gallop on in and save the day look i know you didn't Ich würde es nicht so sagen, aber wenn es ein Weg gibt, das war es. Es scheint, dass wir unsere Kulprinke haben. Aber um sicher zu sein, was noch was du gesagt hast? Uh, nachdem ich gesagt habe, dass ich so lieb, dass sie so verantwortlich ist, dass es wirklich beeindruckend ist, dass eine Frau zu tun, was sie macht. Wait, was? Du wirklich gesagt hast, für eine Frau? Eine Frau? Was das schlecht? Stuff like for a Frau, oder even though you're a Frau, das kind of talk can come up as pretty sexist, even if you're just hanging with us guys. Really? Oh, boy. You raised a whole bunch of red flags, huh? I got a bad feeling about this. Me too. So, was there anything else? Well, uh, I mentioned her dad and sister. She really goes out of her way for them, you know? Because of that, I said I'd take care of the bills and she could just hang out at home. Oh, shit. I'm sure you meant you just wanted her to take it easy. But you don't think Sachan's at the club just for the money, do you? I-I know there's more to it than that. Maybe. But the way you said it might have been misinterpreted to mean otherwise. I get you were panicked, but there had to be a better way to phrase that, right? Oh, man! How old would I wouldn't give to go back and do it all over? Well, let's be doubly sure there is not more. Did you say anything else after that? I did. I said that even if Sachan did stay at home, I'd help out with the chores. And that if we ever had a kid, we could all visit the boss's grave together? Is that finally it? You didn't add any more fuel to the fire? No. That was the last of it, I think. Well, you sure went out with a bang. So you said you'd help with the chores. Noble, but I doubt it earned any points. That, more or less, gives the impression you think chores are a woman's job. And, depending on the person, talking about having a kid can be pretty shaky territory, too. Some couples can't even have kids, so it's not like marriage is all about starting a family. And you topped it off with a planned visit to Arakawa's grave. That almost sounds like you want to marry her just to make the old man proud. Hey, come on. You're saying every single thing I said was wrong? Oh, this sucks. Seriously, what the hell do I do now? Well, I just have to apologize to you. True. She might be fed up with you and all that, but it's better than saying nothing. Okay. Just gotta make things right. Ja, mal gucken, ob wir das nochmal ausbügeln können. Danke, Leute. Ernsthaft. Kein Ding. Ey. Wenn du dich bei ihr entschuldigen willst, dann lieber bald. Ja, okay. Ich mache es sofort. Aber mein Magen ist immer noch ganz verkrampft. Wundert mich nicht. Alles okay? Sollen wir vielleicht mitkommen? Nein, das kann ich von euch nicht verlangen. Kann ich nicht von euch verlangen. Ähm. Nee, es würde ja auch keinen Sinn machen. Wäre ja noch schlimmer, wenn ihr jetzt mit denen da ankommt. Sicher? Naja, dann viel Glück. Bye. Bis später. Danke. Okay, ich muss mich entschuldigen. Ob Sachan schon arbeitet? Ich schaue mal in der Wahl vorbei. Ich muss so ein bisschen an der Aussprache den Namen machen. Er sagt, ich sage sie, ne? Sachan? Und hier ist Ichiban. Ähm. Guck's, ja. Äh, entschuldigung. Guck's, die Fußgängerzone. Ach, ich mag das einfach. Und ich glaube, ich habe gleich eine Schlägerei. Geben wir einfach mal in den Koffer. Kannst du bitte in den Koffer gehen. Apple Defense, ein Energy Drink der Verteidigung und Billenskraft während des Kampfes erhöht. Ja, guck mal hierher. Okay. Das ging ja auch Schlotti. Schön, schön. Also, ich würde kämpfen, grundsätzlich nicht ausweichen. Es sei denn, ich habe irgendwie gerade wichtig was zu tun. Hätte ich natürlich eigentlich. Aber ich glaube, das läuft mir ja nicht weg. So, was haben wir da? Schön eine mit dem Fahrrad gegeben. Tut mir leid für den Besitzer des Fahrrads, denn das sah jetzt gerade ziemlich mitgenommen aus. Aber na ja. Das ist halt Berufsrisiko. Oh. Okay, da kann ich mir ja wahrscheinlich für Geld was ziehen, nehme ich an. Ein Automat. Vielleicht kaufe ich mir was zu trinken. Da haben wir diese Sachen. Aber ich habe hier schon Sachen eingesammelt und ich habe sie alle noch nicht benötigt. Ich werde jetzt also noch nichts kaufen. Aber ich wollte es halt mal sehen. Mein Gott, dass die Leute immer so schrecklich wegrennen. Beziehungsweise ausweichen. Eisenteller. Eisenteller. Nicht sehr nützlich, aber könnte im Pfandhaus ein kleines Simpchen einbringen. Okay. Pfandhaus habe ich auch noch nicht gesehen. Wo gibt es denn das? Schade, dass es jetzt wieder Tag ist. Ich möchte es auch mal alles so ein bisschen bei Nacht genießen. Überläuft einer mit dem Könnten wir uns prügeln, wenn wir wollten. Aber, Entschuldigung. Ich werde jetzt auch nicht um den Umweg machen, nur um mich zu prügeln. Wenn da noch gerade so zufällig ein Weg ist, dann schnappen wir uns. Tane, Ecke scheint jemand zu sein. Hörnlöchen. Wie sieht es aus? Hey, yeah. Du zuerst. Und, wie gesagt. Aua. Ich wollte abwehren, aber hat nicht so richtig geklappt. Oh, Sachan! Hey, Ichiban. What a coincidence. Oh, no. Ich warst dich für dich. Ich wollte dich entspringen für heute. Oh? Entschuldigung für was? Ich habe nicht gedacht, wie du fühlst. Und ich habe gesagt, ein whole bunch of terrible things. So, ja. Ich wollte zu entspringen. Was was du gesagt, das terrible? Ich habe mit Adachi-San und Namba darüber gesprochen, und es wurde ziemlich klar. Ich habe mit Adachi-San und Namba darüber gesprochen, wie gesagt, für eine Frau. Und ich habe mit Adachi-San und Namba darüber gesprochen, wie gesagt, dass du den Club wirklich sehr ernst hast. Ich habe mit Adachi-San und Namba darüber gesprochen, wie gesagt, dass du dein Job verletzt kannst. Ich habe mit Adachi-San und Namba darüber gesprochen, wie gesagt, wenn wir uns verletzt. Oh, und also, ich habe gesagt, dass ich mit den Chorren helfen würde, als ob du das automatisch wäre, als ob du das alles verletzt kannst. Okay, das hat sie alles gar nicht so gesehen. Ich weiß, dass ich panisch war, aber es war nicht so cool, dass ich deine Gefühle verletzt habe, als ob du das alles verletzt hast. Wirklich? Ich bin sehr entschuldigt, Sachana! Ja. Das ist alles? Du kamst all diese Weise nur, um das zu sagen? Du bist so dumm. Ich war nicht so ein bisschen worried. Huh? Aber ich... Ich meine, sicher, vielleicht waren es nicht die größte Dinge zu sagen, aber... Ich arbeite an einem Cabaret Club, wie ich habe, und du hörst ein bisschen schlimmer. Dann warum hast du... Ich meine, es ist einfach, dass wir uns erstens in ein bisschen wunderschön haben, wie gesagt. Wir sind wie Partner in Crime, du und ich. Ich denke, wie viel wir haben. Ich denke, dass es zu einem Moment angefangen hat, dass du dich da warst ist. Und... Well, I think a little romance might get in the way of everything. In that sense, I think it'd be better if we went back to being friends. Don't worry, though. I'm with you to the very end. Sachan. That's all there is to it, so don't beat yourself up, okay? Like I said before, let's just keep at it. See ya. Ja, gut. Ein Jahr später. Die Zeit vergeht schnell. Die Zeit vergeht schnell. ich bin ja mal gespannt wann er nach honolulu kommt das ist ja ich hatte mich anfangs ein bisschen fortan oh kasuga kun morning let's give it all we got today yeah sure listen can i talk to you for a stop we're fleeing all sit oh is this about organizing the warehouse don't worry i'm on it no you you see there's something you should know why don't we grab a meeting room okay sure my contract's been terminated i know crazy timing remember how it was supposed to renew end of next month well i thought about trying to get you a raise but just yesterday city hall went and denied the renewal was there a problem with my quality of work oh no 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 kasuga kun you've done an outstanding job but apparently the city's budget is getting pretty tight it seems they've no choice but to start cutting back on contractors right i see understood well let me just say thank you for putting up with me i'm guessing i'm done after this month well for what it's worth i'll be sure to finish strong yeah no we'd actually like it if if today could be your last day you want me to use my pto i mean it's true i never took any but i don't think i have that much stored up do i oh well you won't have to worry about that they made an exception and will mark the rest as pto as well they hardly ever do something like this oh geez i don't deserve that you don't have to give me any special treatment i can just work until i'm really sorry this is just what the higher-ups have decided just know i'm grateful to you all right okay well with that thank you for everything you've done for me no 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 thank you tja das war's ich sollte mich von allen verabschieden und dann geht's ab nach honolulu ich hab schon bock also mir gefällt es in yokohama aber ich möchte auch ohne lulu sehen so das sind jetzt wohl ein paar leute mit denen ich da kutschen könnte ich ich denke hier hinten durch ne da komme ich nicht durch okay excuse me oh hallo abgehört dass du das heute dein letzter tag ist ja wollte mich nur für deine ganze hilfe bedanken ich weiß ich hab dir viel stress bereitet und sehen habe ich doch gerne gemacht viel glück für die zukunft kasuga san so kasaku kasuga ich weiß was habe ich denn da gerade gelesen egal was du auch machst du bist bestimmt erfolgreich hey danke kasuga nicht kasaku kasuga thank you okay ich gehe dann mal danke nochmal so muss ich mich noch bei jemanden ja da sind noch zwei entschuldige kimura san entschuldigt dass ich was trinken musste oh oh hey ich habe gehört dass heute dein letzter tag ist ja du warst mir eine riesen hilfe warst mir sogar beigebracht wie man mit einem computer arbeitet ach das war doch nicht der rede wert wirklich tut mir leid aber ich muss bis ende des tages noch etwas dringendes erledigen pass auf dich auf ich bin sorry oh äh bis dann okay okay entschuldigung entschuldigung im meistern ja es kommt etwas plötzlich aber heute ist mein letzter tag ich wollte mich nur für all deine hilfe bedanken oh ja ich habe es schon gehört ich war ehrlich gesagt ziemlich geschockt viel glück du machst deinen nächsten job sicher total gut ja danke pass auf dich auf damit wäre das erledigt ich ich glaube jetzt wird er dann auch so crazy wie ich ihn ich meine er ist ja eh schon crazy aber er wird dann auch entsprechend crazy aussehen er ist aber auch immer sehr höflich ich meine gut das ist ja auch so ein bisschen japanische eigenschaft aber ich glaube er ist dann nochmal speziell ja wie kommen wir jetzt zu dem entschluss dann uns mal hawaii anzuschauen kasugas job hat sich von hello workers zu selbstständiger geendet achso wir sind jetzt selbstständig aber auch gut wenn ich wieder zurück bin sage ich ich hatte schießen was passiert ist dann muss ich einen neuen weg finden um arakawasans vermächtnis weiter zu führen du hast die fähigkeit schatzsuche erlernt drücke x bei einer schatzsuche in der nähe von suchpunkten wie verkaufsautomaten und müllcontainern um nach geld und gegenständen zu suchen manche davon kannst du vielleicht sogar verkaufen probier es mal aus wenn du unterwegs bist und dir die pikierten blicke der leute nichts ausmachen ja okay das ist ja eigentlich glatte mal hier in der gegend ist jetzt gar nicht drücken automaten aber wir schauen mal wir werden sicherlich bald da haben wir doch welche so schatzsuche wunder gehen ja da guckt sie mich trägt es sah so aus dass er ziemlich da beobachtet oder ich fühle mich jetzt beobachtet das ist jetzt nicht der bringer gewesen aber hey klein viel macht auch mist ne erstickungsbombe kann bei einer gruppe von gegner verstummend verursachen und ihre gewandtheit senken gut das sind ja alles noch so eigenschaften die ich bisher nicht brauchen weil ich bisher alle einfach so lässig platt haue ja so darf ich mal eben kurz an den oder man hier hm mein schatz ich ich mag das irgendwie nicht so hohe stimmen mal moment mal was wir denn da noch ah ne da war ja nur der ähm das restaurant gut zu sagen gut zu sagen mal 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 Oh, he's out of control. The real Ichiban Kasuga-Tamalus! Well, they may call him the hero of Yokohama, but deep down he's just another Yakuza. The Yakuza beating off other Yakuza no less. Honor and duty, my freshly bruised ass! Okay, cut! Soba! I wasn't smarter you to get rough on camera like that, Kasuga-san. Or you're in big trouble if this ever goes online. Toss a million my way, however, and it's yours. Have it ready by tomorrow. You think I'm gonna give into this crap? You think anybody's gonna buy your stupid act? A little editing goes a long way. Wait and see. Couple of clicks here and there and everyone will think you threw a regular haymaker. Yeah, well, best of luck, pal. You sure? I mean, you're already going viral as it is. Ask yourself, do you really want to throw oil on that fire? Viral? Do I look like I'm sick to you? Huh? Oh, come on. Have you not seen how people are talking about you online? Can't say I have. Not a big web guy. Seriously? Ugh, what a pain. Hey, show them the video. What's up, people? Tatara channel coming at ya. Let's get to it. Ladies and gents, our perp of the day. This man here is Ichiban Kazuga, a former gangster who was heavily involved in the dissolution of two major Yakuza factions four years ago. On top of that, some people even call him the hero of Yokohama. This exclusive footage was secretly recorded in Yokohama at a real hella work. Here we see none other than Ichiban Kazuga brazenly working the front desk. Meanwhile, the man sitting across from him is yet another former Yakuza. The hell is this? Sasaki? This was, like, a misunderstanding. Ichiban Kazuga seems to be whispering orders to his ex-Yakuza cohort. Then, having received his instructions from Kazuga, the ex-Yakuza leaves Hello Work. Only to make a beeline for... A mini-mart, a drugstore, and a fancy boutique. We catch him stealing things right off the shelves, even going so far as to use a fake hand. Hey, hold up. That ain't right. Finally, it looks like Kazuga then buys the items from his personal thief at a deep discount. According to our extensive research, in just this day, a whopping two million yen's worth of product was stolen. Kasuga bought the lot for an unheard of 20 grand. In other words, he's having down and out ex-Yakuza steal for him, then making a tidy profit reselling the stolen goods. This is the secret. No, the true face of the hero of Yokohama. Hey, what the hell? Which one have you made this? Like she said, it's the Tatara channel. She's pretty much a god, and with five million subscribers at that. I mean, if anything, you should be proud you made it on her show, Kasuga-san. My ass, I'm proud. This whole thing's bogus. Bogus? Dude, they got the whole thing on video. Oh, I see now. It all makes sense. That's gotta be why I got let go today. It's just got to. Anyway, look, we got you on video, so you're gonna buy it off us or not? Like hell I am! I haven't done a damn thing wrong, you bastards! Ugh, what a shame. Guess we got no choice. How about we have this guy take a little nap, then move on to the next target, hm? Next target? Who's that? Alright, you're up, Mr. Bodyguard. So, you want me to beat this guy down? Yep. Just enough to gonk him out. Oh, uh, try not to put this one in the hospital, okay? Who's this dude? I met him online. I have him lend a hand whenever we're doing a risky shoot. Wait, you don't know? Top Street Fighter Online Sensation Asakura Channel? Ring any bells? Man, he's trending like crazy right now. Oh, hey, Asachi, here's an idea. Why don't I record you knocking him flat like a pancake, huh? I'll feature you on my channel as a guest, huh? What do you say? Sure, whatever. As long as I get to fight. Hell yeah! Oh, we are jumping straight to the front page with this one, huh? Okay. Let's get footage, then go hit up that Sasaki creep. Wait, Sasaki? Why are you bringing him into this? Why do you care? He's just a chump from the Hiwatashi clan. And I'm afraid he's next on the chopping block. We're gonna give him a little interview as well. How's it feel to have quit the Yakuza and have it blast it all over the internet? Okay. He's giving everything, he's got to rebuild his life right now. You're not gonna get in the way of that. Okay. Das scheint so eine Art Boss Gegner zu sein und macht auch ein bisschen Eindruck mit seiner coolen Art. Mal sehen, wie der so drauf ist. Kann ich mich? Achso, ich bin auch die erst mal. Okay, der ist das mal weg. ist das mal weg. Ope! Ope! Spreak your self! Open, wall! Brace yourself! Ope! Prendt oppsa! Your dog is okay! Ope! Prendts! 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 еп! Prendts! Um. moment jetzt habe ich jetzt habe ich wieder die kontrolle nach weil der hat jetzt gerade alleine gekippt das fand ich nicht schön maus gilt bald haust ja dann muss es wohl auf ihn jetzt aber jetzt schon okay kann ich jetzt bitte mal auf den gehen schon mal eben gucken wie gedrückt wie konnte ich denn jetzt noch mal die gegner wechseln oder kann ich das gerade gar nicht kommt dann erst die jungen zweck so jetzt wie beide ok jetzt kommen wir uns kill vorwinden das war kein schutzgarten so kann ich gerade nicht uns geht es gerade nicht so gut kann ich da gegenstände es soll mich jetzt mit in ruhe lassen ich muss jetzt mal irgendwie was checken 50 tp wiederherstellen wachs umgeben ok ich habe nicht genug okay wir können nicht moment gegenstände konnte ich nicht irgendwie wieder dings wiederherstellen hier erhöht steckungsbombe nee das bringt alles nix tp tp wiederher ok wir müssen wohl so kämpfen ok ich bin so warum steht er da jetzt auch so lässig doch ja so ja natürlich hat es gerade nur spaß gemacht als always the channel is ready to research reveal and rebuk the crimes running rampant around the world to tarot Oh, Dachi-san! Hey, I was just about to call you. You'll never guess. I'm sorry, Kasuga. He pains me to say, but I have to close up shop. Huh? Yeah, Namba's coming over to my place. Apparently, he suddenly got fired, too. I'm sorry, I'm sorry.